Ein Buch gestalte ich folgendermaßen, ich denke mir ein Thema aus. Ja, ich komme größtenteils, wenn ich in meinem Wintergarten sitze, auf die Ideen. Was ich dann umsetze, das überlege ich, das reift dann in mir, wie ich es fotografieren will. Dann fahre ich hin, setzte das Bild vor Ort um, dann habe ich auch schon eine Idee, wie ich es im Prinzip im Buch präsentiere. Und dann ist das Schöne, dann kommt irgendwann der Tag, an dem das fertige Buch in der Post ist. Und ja, dieses Herzklopfgefühl, wenn du es aufmachst und weißt ganz genau, dass es so ist, wie du es gesehen hast. Der Bildband ist für mich das Ergebnis meiner Arbeit. Das Buch ist einfach ein anderes erfahren. Ja, du hast was in der Hand, du blätterst da um, du fasst ein Papier an, du siehst die Farben, du kannst noch mal reinriechen, du hörst dieses Geräusch, das Knarzen. Wenn du eine Buchseite umschlägst, ja, Bücher machen ist für mich einfach ein Sich-Ausleben. Ja, du kannst da kommen, dann suchst du dir das passende Material aus und das wird von Weitfolge geliefert. Und das ist einfach großartig. Ich arbeite ganz gezielt und diese Sachen, die ich mache, die möchte ich in dieser Qualität haben, die ich mir vorstelle. Da mache ich überhaupt gar keine Art von Kompromissen. Und schließlich steht mein Name da drunter und ich weiß auch ganz genau, dass ich Weitfol als Partner weiterempfehlen kann.